Die Zeit war tatsächlich ja bestimmt durch die Alt-68er noch, die noch wirkten. Aber meines Erachtens war dieser Aufbruch, dieses leicht punkige Untergrund, Sachen machen aus Schrott, war einfach eine lustige, fröhliche Provokation. Und nicht was, wo jetzt die Medien auch große Aufmerksamkeit sind. Doch, es kam ja manchmal sogar vor in den Medien. Aber es war ja jetzt so ein wahnsinnig tiefer Inhalt.